ja liebe leute und da sind wir jetzt bei der zweiten runde jetzt mal nicht weiter mit ps sondern dings road redemption und hoffentlich stellen wir uns etwas an als beim fußball doch definitiv das ist voll mein spiel ja 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 läuft die laute musik ich will dann extra einstellen das wirst du dann nachher später leise abmischen müssen autofahren ich bin oben ich bin ich habe den größten bildschirm können wir ja nach einer rein irgendwie machen oder du schubst mich das nicht wollen wir uns nicht gegenseitig ärgern wollen wir um team spielen die autos oder wollen wir uns auch in alle ok wenn ihr nicht sterben brauche ich ja ich komme wirklich hinterher ich weiß gar nicht mehr ich bin schon tot ich bin wieder reingebrettert ja es ist noch voll in 20 ist aber egal kann man denn zu schreiben ja weil ich immer auf der aufnahme da hat man ja das ist immer besser auch mal bei b also da genau erstmal niedriger wie denkt ihr denn zu schnell ähm mit du kannst hier rebrücken mit der taste hier ja und da kannst du halt so in die kurven besser lenken erstmal irgendwo hinfahren voll viele frames mhm mega geil oah uzi nein oder mit uzi da willst du bestimmt schießen henniger uzi wäre geil ok boah auf jeden fall jetzt kannst du ja wieder so ein upgrade jetzt müsst ihr für uns beide zählen eigentlich brauchen wir Nitro ne ja aber macht leben halt leben nee Nitro ist nicht so auch manchmal muss man es nicht haben ok also das da jetzt müssen wir bestimmt Bullen anlocken oder wir müssen welche schnell töten das kann sein insofern werden wir müssen Bullen anlocken ok ja und wir fallen erstmal vom Himmel ja also Leute Bullen erschießen müssen wir auf Uzi wechseln ja eben die haben wir weggeballert nicht mich weg wir sind doch im Team mein ist leer wenn Uzi ah ich sehe guck wir brüllen wann kommen die mal ah ich denke mal generell hier irgendwie Sachschaden anrichten oder wo schießt man nochmal ach ja da ist er oh ich bin ihn gefallen hallo ich würde jetzt ganz gerne hier wieder alter wenn man einmal von der Strecke ab ist ne ist das so kacke oh ja schmucki erst mal Nitro hier so oh ja das ist nett Pam bei mir kommt alter ich sehe guck hier ne Bullen der hat mich voll von der Brücke runter geschoben oh bist du ne ey man Nitro hier kommen keine Bullen was ist los da hier ist einer oh oh ah ja ich habe irgendwo was gemacht oh das machst du oh das machst du sorry ach da ne nein nicht tot nicht Policeliveries äh Dings komm wir müssen noch 2 Sterne holen da ist was alter die kommen ja übel zu da was sind das für Agro Bullen ja ich bin weg vom Fenster ah ne da noch guck mal mit 23 Leben komme ich nochmal ja ne jetzt ist es vorbei ah ich bin alleine wo sind alle weg mit der Uzi da kommt nix nein du kannst ja noch eins drücken alles die er fährt schieß nochmal hin ich kann doch mal Bomben legen hier ne haha ah da au ah super war es dann ne ich lebe noch der noch geht noch einer geht noch aaaah hier mit R kannst du zielen ne ah mit dem rechten Stick ja ich weiß aber das ist trotzdem dahinter ha 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 naja ach das geht Bulle doch da ist er ha 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 schieß jetzt 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 hau drauf komm gib ihn ha 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 schieß ja 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 das hat ninet zählt da schlägt mich ich hab hier hin noch hey mein leben steigt ok dann hält sich richtig gut das steigt nicht, das ist so unfair mal halten alter fände in die falsche richtung komm jetzt ich muss mich verarschen ich lehme mich noch hart äh, ja geschafft congratulations war gut ja gestiegen ja Heilung wird er, oder? auf jeden Nitro ist erstmal egal kannst du noch was heilen? steige ein steig ne reicht nicht Anomination Garg of Munition boah tja auch wärmer garb und kick, äh, kicks only ach jetzt muss man hier die ja was muss man? man muss die jetzt hier abschneiden boah ha alter ich bin schon tot das geht ja schon in dem spiel ich bin gegen so einen scheiß ist das feiner gefahren? da können die sein ja tot ne noch nicht ach das zählt nicht oder ne zählt nicht also hauen also hauen oh der ist nicht gestorben boah der ist nicht gestorben so ey boah komm her ja ja vorreck Waffen zählen nicht ich muss die hier also wegstauben oder boxen die verrecken alle nicht das ist doch scheiße andere lebt ja auch noch sehr gut ah vorreck jetzt boah boah oh nein ah hat gezählt zwei noch ach der ist nicht gestorben scheiße ich da sitze ach nö warum auf die drei herren kann ich auch mal wieder mitmischen ja heinein du machst das das fiese ist ja wenn man hier jetzt hier stirbt müssen wir aufpassen wird ist mal game over und dann müssen wir von ganz vorne anfangen also wir tun dass wir eine freischalten dass man mal auf Level 3 dann startet oder sowas oh oh alle beide waff aber wir leben noch hey wie sagt denn hier weniger leben so reicht halt der Balken nicht ja ich bin schon dort naja super gegen so eine lexkache jawoll ja 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 nein ich bin auf oh nein noch vier mal da war ich ne Moment der hat gezählt der hat gezählt sehr gut voll mies und so oft stirbt so schnell ach noch warte komm mal noch ein Stück ins Bild so jetzt sinds besser aus das ist unbekommen ein Bild für die Ewigkeit haha ja ja das ist stoben komm aber wirklich nehm stirb stirb nicht komm schon ne Zange nehmen wir oder was wichser du hahaha ach komm jetzt kommt er mal her oder stirb 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 jetzt stirb boah der stirb nicht nein warum es weh man hoffentlich können wir noch mal machen ja können wir auch gut hihihi 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 kann man irgendwann schaffen wir das wissen wie so ein bisschen so ein bisschen ja ich bin doch das blödeste wie jetzt hier guck mal ich hab nur ein schnick wenn ich einen Einklebefehler hab bin ich schon tot ja aber du musst eine Weile fahren das steckt dann irgendwann wieder ja wohl nicht viel oh ah nein ich bin den ne einen hab ich noch oh 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 Gott alter ich muss mich noch einmal jetzt treffen dann bin ich weggesetzt oh hä warum bin ich denn jetzt schon wieder tot ja hast du nicht mehr viel Leben gehabt ah du musst aufpassen guck mal bei mir zum Beispiel die Rohdeanzeige da ist die ist ja auch schon ein Fehler nicht bedrät ja aber irgendwann steigt das ich wieder wohl noch nicht wieder einfach die Autos über einen rüber rollen ah ah sorry ah oh warte fahr vor fahr vor nicht mich hauen ja ich kriegs nicht Ich gebe kein Geist und auf deiner Höhe, das ist doch scheiße. Nein, wir kriegen gegen den Geld. Wieso fragen die nicht? Das war es dann für mich. Eintrummerfehler. Oh, das war so. Nein. Der Taxi fährt weiter. Toll. Jetzt müssen wir wieder von vorne einfachen. Außer wir haben jetzt hier 81. Na toll, da haben wir ja vorne stehen. Toll. Das kriegen wir noch. Level 1 zu. Ja. Oder? Raze. Einfach nur Raze, ok. Ja. Das kriegen wir hin. Also nicht groß mit denen anlegen. Einfach fahren. Ja, ich würde vorschlagen, wir kloppen uns miteinander. Ob man mal ein bisschen weiter kann. Alter! Boah! Alter! Boah! 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 Erstmal durch die Prärie fahren hier, oder was? Also die wollen nicht hauen! Ja, müssen wegfahren. Abhauen. Wohin' doll nicht drauf einlassen, weheste. Ja, bille schaden. Und müssen wegstauben. Ich hab kein Nitro mehr. Wieso komm ich doch nicht vorwärts? Boah! Alter! Alter! Wer haut mich? Boah! Gott! Boah! Boah! Ich bin voll... ... ich hab ihn oben schon. Schaden gekriegt schon. Da ist der zweite. Fuck, fuck, fahr! Geisse, jetzt bin ich wieder dritter. Ich war grad zweiter. Also! Ich bin tot. Ich mach das, ich mach das. Schau dir das mal an, hier. Weg! Super! Hä? Er rennt zu Ende. Ach so, ich hab gewonnen, ne? Ich bin geil. Was? Axt! Na ja, ist ja egal. Alter, wir haben Revolver. Krass. Wir brauchen Heilung. Ist das Besseres? Heilung. Nee, das war's. Scheiße. Third Times Charme. Ah, nehmen wir das noch. Ah, jetzt. Haben wir noch was? Zu wenig. Ich. Hallo! Hallo! Takedown. Takedown heißt... Ah ja, die runterwamsen. Was ist denn da rein? Oh, nee. Oh, jetzt hab ich ja okay. Die runterwogen. Na ja, gut. Vorsicht! Der will nicht! Komm her! Ah! Ah, die... Wenn die Bullen die wegfloppen, seht das auch scheinbar. Hahaha, danke. Oh, Mann. Oh! 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 Äh... Ja, ne. Was ist da? Das ist wohl neben mir. Nehmen wir noch 8 da. Einen hab ich. Ah, jetzt dann. Was? Ach, ich fliege jetzt. Komm, die hatte Brücke. Müssen wir auslösen. Nein! Ah! Wie war das mit B, ne? Äh... Verdammt! Oh Gott! War das knapp. Fuck, Scheiße! Ob ich's meinem jetzt hin? Ich hab dich runter. Ah. Nein! Hopp, wir schauen hier bis. Das ist auch cool. Nein! Oh Gott! Ich hab hier... Ich hab irgendeine... Was? Na so, nur ich. Also, die Crames sind grad richtig scheiße. Aber... Gib Gas, Junge! Hey Leute! Oh nein! Koffer! Ich glaub, wenn wir mich weggeben haben, ist... Ey, du Sack! Ja! Koffer! Nein, oh Gott! Alter! Alter! Ah, Nitro hier! Komm! Ah! Ich fliege! Wo ist die Strasser? Ich seh nicht. Alter! Alter, wie dumm. Nein, ein Haus! Ah, ficken! Ich krieg ihn! Oh Gott! Oh Gott! Alter, was ist das? Nein! Ich leb noch. Ich hab noch. Ich komm wieder. Da geht ein Leben weg. Die kriegen aber wieder eins zurück. Du stirbst da anscheinend nicht. Naja. Ich hab auch keinen Schaden gekriegt vor ihm, wenn ich gleich hatte. Ich bin jetzt nur tot, weil ich in die Klippe... Ach klar. Besser. Nein! Fahr zurück! Jetzt komm! Stirb doch! Stirb jetzt! Ich näher mich der Sache auch mal an. Zwei Leute noch. Oh Gott! Nein! Komm! Ich treff den nicht. Warum nicht? Einen hab ich. Ich hab einen. Kann man den Waffen nehmen eigentlich? Ja! 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 Du musst dich fallen. Ich dachte auch ohne Waffen, oder? Nee. Hat jetzt ja. Cool. Ja, das sollte nicht. So, gut. Level 3 jetzt. Schönen wir. So, jetzt müssen wir... Heilung gelten, ne? Heilungsfall, ja. Einen soll ich einen Nitro voll machen, oder? Wollen wir erstmal sparen? Nitro ist halt jetzt nicht so richtig, oder? Nicht wirklich. Nein. Noch mal... Ja, das lassen wir alle rum drinnen. Rennen! Rennen, rennen, rennen. Einen, rennen, rennen. Wir müssen jetzt durch, ne? Wir brauchen nicht die Wurz-Anlegen mit einem. Boah! Alter! Ui! Äh! Hah! 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 Höchse. Scheiße! Alter, guck mal wieder! Ey! Siehst du mich jetzt schon tot? Weil wir nicht viel Leben gehabt haben. Henning hat noch so viel Leben. Toll! Henning, gut! Oh, gut! Zieh durch! Wow! Ja! Sind die so schnell? Soll dat! Hallo! Oh! Alter, hast du einen Glück gehabt? Nee, da fahren Autos mit? Na klar! Die wollen dich von der Straße kommen. Boah! Nee, die haben aber auch Platzierungen zum Teil. Das finde ich irgendwie gut. Alter! So! Hahaha! Weg! Was soll denn das? Ab! Oh! Oh! Du bist gleich tot! Pass auf! Ah! Jetzt geht's nur noch! Hey! Steigt da hin! Genau! Aber jetzt darf er auch nicht! Gib! Drück Nitro! Hast du die Bullenkarre gesehen? Ja! Hast du die Bullenkarre gesehen? Ja! Ach nee! Oh! 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 Neee! Drei Frames, super! Aha! Level 4! Oh! Oh, jetzt wollen wir heilen. Und den Rest sparen wir mal. Also im Multiplayer wäre das nochmal in der Ecke geil. Oh! Oh, was ist das denn? Oh! Oh nein, ich bin tot! Alter! Ich auch. Einer hat mich weggewamst. Toll. Bin ich hier runtergefallen? Ach, jetzt müssen wir aber doch welche töten, oder? Hier ist die Kamera, die ist ja brutal ekel. Alter! In den Wolken rein, ja. André, du musst das jetzt machen. Alter! Die Augen weg! Nein! 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 Der kommt wieder! Der kommt wieder! Der kommt wieder! Ich leb noch! Gas, gib Gas! Scheiße! Da bin ich eben hängen geblieben. Ah! Ich bin nicht vorwärts! Nein! Ich bin nicht vorwärts! Nein! Ich bin nicht vorwärts! Oh ja! Und ich bin nicht vorwärts! Komm hier! Scheiße! Reigt nicht! Start on Level 3! Ah, dann wärmeren wir nicht so weit zurückgeworfen nämlich! Scheiße! Das müssen wir schon doch unser Level 1 machen! Geil! Boah! Einen Versuch noch und dann ist Schluss, ne? Ja. Aber ich weiß nicht, dass ganz schön viele extremen, viele Frames hier haben. Na hier ja, aber dann sinkt's ja auf einmal, oder? Extrem. Wetterglock. Ja, perfekt. Die Zeit nicht zu überleben, ne? Das war ja nicht. Gut gesagt. Also... Fick dich! Wie ist das so? Können wir doch so richtig stehen bleiben, oder nicht? Ja. Warte mal. Fuii! Nein! Oh. Na super. Hahaha, spiel da dran. Aaaaah! So ein Dreck hier, ey. Alter! Ja, was geht denn da ab? Achtung, das bin ich. Ja. Aua! Alter! Der hat mich runtergeboxt, jetzt bin ich tot. Ich mach das. André, auch noch. Nach ne Minute. Aaaaah. Toad? Ah, nee, der kommt wieder. Ah, klebt noch. Ja, das ist Ziel, aber... wird nicht Ende sein, ne? Fiss dich. Ja, doch! Jawoll! Ja, das liegt jetzt noch. Naja, dann... Machen wir hier erstmal einen Cut. So. Äh. Und denn? So. So, sind wir wieder zurück. Zum... Zweiten Mal. Also... So. Ja, und... An dieser Stelle würde ich sagen... Machen wir auch Schluss hier, ne? Ja. Oh ja. Mach's gut! Ja, genau. Fahr doch mal. Ist gut. Ne. So. Ja, das war unser Special, ähm... Henning in Gefahr. Ja. In Gefahr im Osten. Henning im Osten. Ja. Irgendwie sowas. Na gut. Henning go east. Henning going east? Dann macht's mal. Jut. Tschüss. Tschüss.